Leute, heute reagieren wir auf ein Abonnenten-Special von Paluten. Und zwar hat der gute Paluten die 5 Millionen Abonnenten erreicht. Und das ganze Video ist jetzt vor 50 Minuten hochgeladen worden. Deswegen würde ich sagen, lasst uns nicht lange warten und direkt reingehen in das Video. Ich bin sehr gespannt. Und erstmal vorweg, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an dich, Palle, für die 5 Millionen Abonnenten. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir rein. Abfahrt, bin gespannt. Leute, schön das hier. Wow. Das war vor ca. 11 Jahren. Ich hoffe, das wird diesmal nicht so emotional wie letztes Mal. Das ist völlig verrückt. Dieses ganze Leben ist einfach völlig verrückt. Das ist es. So krass, wie viel er schon erreicht hat. Es ist unglaublich. Für alles, was ich habe. Ich bin dankbar für die Zeit, die ich hier auf YouTube irgendwie verbringen kann. Hey, da bin ja ich. Hey, da war ja echt cool. Oh ja. Vor dem 4 Millionen Abonnenten. Minecraft. Alexi-Fall. Ja, das ist gut. Diese Reise ist auf jeden Fall noch nicht vorbei, Leute. Nee, auf gar keinen Fall. 4 Millionen sind krass, aber ich möchte natürlich trotzdem weitermachen. Hier ist es einfach noch nicht Ende. Das ist das Freedom-Buch. Von 4 zu 5 Millionen Abonnenten. Moin Lotte, herzlich willkommen zu einer kleinen Wunde vom Panty-Simulator. Moin Lotte, herzlich willkommen zu Hobo. Jetzt wird das Haus gebaut und ist bald fertig. Ey, ich freue mich auf das Haus, wenn es fertig ist. Ich werde mir auf jeden Fall... Also, ich gehe davon aus, grob, dass Paluten vielleicht eine Haustour macht. Ich gehe stark davon aus, wenn er es macht. Ich freue mich. Ich schaue es mir auf jeden Fall an mit euch zusammen, Leute. Deswegen vergesst nicht zu abonnieren. Vielleicht werde ich ja auch irgendwann sagen, es nicht mit dem Kanal. Aber für viele Abonnenten wäre schon crazy. Mit dem Erd-Kanal. Polygrid. Oh, das war auch so ein geiles Game, Mann. Oh, wie live Golf-Lach-Flash. Das habe ich alles schon wieder so halt vergessen, was alles passiert ist. Minecraft-Flug. Minecraft-Floch 3. Moin Lotte, herzlich willkommen zurück in Teardown. Moin Lotte, am heute Abend. Clash of Clans. Das war auch geil. Dass er das gespielt hat, das hat mich voll überrascht. Das ist ein ständiger Moin-Roll. Turmoil, Alter. Auch geil. Moin Lotte, herzlich willkommen zu einer neuen Schnauze. Ich hätte auch mal Bock auf so Raft oder so. Aber ich habe... Ja. Und zwar der Final-Staffel von Raft. Egal. Diese Reise. Moin Lotte, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde vom Gucci-Simulator. Moin Lotte, herzlich willkommen zu einer Runde von Polybridge. Moin Lotte, herzlich willkommen. So viele Moin-Leute, ne? Zusammen mit der Job. Let's play. Moin Lotte, Grenzposten. Oh, das Game war geil. Das hat richtig gebrochen. Hey, krass. Der vermutlich immer noch schlechteste Brückenbauer Deutschlands ist zurückgekehrt. Für eine weitere Runde. Das ist aber auch krass, wie viele Abonnenten Paluten so im Monat, in einem Jahr macht. Das ist ja pro Jahr. Weil das letzte, ich habe geguckt, das letzte Video von ihm. Guck mal, da bin sogar ich. Das letzte Video von ihm ist zwei Jahre her. Und ich habe fast so viele Views gemacht, wie er auf das Video. Schwarz. Oh Gott. Aber krass. Das ist wirklich zwei Jahre her. Und innerhalb von zwei Jahren, zwei Millionen Abonnenten. Ich habe es nicht mal geschafft mit meinem Erstkanal nach... Ne, warte mal. Er hat in zwei Jahren macht er eine Million. Und ich mache in sieben Jahren zwei Millionen. Ich bin echt langsam im Vergleich. Ich bin einfach nur kacke. Verlugt ist aber auch eine Maschine, wirklich. Oh, City Skylines. Der ballert da durch auf dem Kanal. Das ist so ein Doppel. Da baue ich gerade einen Flughafen. Aber Hitman habe ich da vorgespielt. Hey, so coole Projekte. 5,03 schon. Maschine. So. Ich dachte, da kommen jetzt die 5 Millionen. 5 Millionen Abonnenten. 5 Millionen Abonnenten. Ich weiß nicht, Leute. Das waren... Oh mein Gott. Warum bin ich da? Wieso bin ich da? Das waren Freude... Freude... Das waren das Tränen, okay? Ich habe mich für Paluten gefreut. Ich habe die Worte jetzt ein bisschen gefühlt, die er auch gesagt hat. Ja. So eine Maschine, ne? 5 Millionen Abonnenten auf YouTube. 5 Millionen Abonnenten. Danke, dass so viele Leute mich auf meiner verrückten kleinen Reise begleiten. Über 4,8 Milliarden Aufrufe. Auch danke an alle, die mich nur ein Teilstück begleitet haben. Es ist einfach so cool. Ich kann das alles so schwer beschreiben oder erklären. Es ist verrückt, was alles in meinem Leben passiert ist. Das hätte ich nie... In meinen kühnsten Träumen hätte ich niemals geglaubt, dass mir sowas passieren könnte. Nee, das hätte ich auf gar keinen Fall. Ey, best of Paluten. Schönes Video. Was sag ich jetzt? Ich geh mal hier hoch. Leute. Ich bin gespannt, was Palle jetzt sagt. Jetzt bin ich gespannt. Ist immer voll schwer, die richtigen Worte zu finden für so ein Abonnentenspecial, weil das Einzige, was man gefühlt immer nur sagen kann, ist, sich zu bedanken für all die Leute gefühlt, die die Videos halt schauen. Ja. Die 5 Millionen als erster deutscher Gaming-Youtuber in Deutschland geknackt zu haben, ist eine wirklich tolle Sache. Aber worauf ich persönlich wirklich stolz bin und ich hoffe, dass es zumindest so ist, dass ich das Leben von dem einen oder anderen ein bisschen besser machen konnte. zumindest für diese 10, 15 Minuten von einem kleinen Paluten-Video, das wäre cool. Und versteht mich bitte nicht falsch, ich weiß, ich bin nur so ein komischer Typ aus dem Internet, der... Nein. Du bist ein ganz besonderer Typ, der aus dem Internet macht. Du bist ein motherfucking Pietese. Aber es würde mich einfach freuen, wenn Leute sich irgendwann zurück an ihre Kindheit erinnern und dann auch vielleicht an Paletto denken, an diese kleine Zeit, wo ich sie so ein bisschen begleitet habe, wo sie mal abschalten konnten. Oh süß. Das wäre wirklich was richtig Cooles. Also deswegen, ich habe es ja schon mal gesagt, danke, dass ich so viele Leute von euch begleiten darf, immer noch begleiten darf oder auch begleiten durfte. Das ist wirklich was total Schönes. Es ist einfach ein schönes Gefühl und ich mache das Ganze jetzt seit fast elf Jahren. Das ist so eine lange Zeit, ne? Das kriegt man... Oh Gott, das ist so lange. Das ist auch einfach... Das ist wirklich verrückt und ihr werdet mich auch erstmal so schnell nicht los. Ich möchte YouTube weitermachen und ich hoffe, ihr seid auch weiterhin am Start. Ich denke, es kommen noch viele coole Projekte und ich freue mich darauf, dass ein großes Projekt in meinem Leben hoffentlich bald abgeschlossen ist. Das ist der Hausbau. Und dann werden wir einfach mal weitergucken. Weitergucken, was das Leben so bringt. Weitergucken, was YouTube noch so bringt, wohin da die Reise letztlich geht. Und ja, Dankeschön für 5 Millionen Abonnenten. Die Reise geht weiter und dann sehen wir uns hoffentlich entweder direkt schon beim nächsten Video oder vielleicht auch bei irgendeinem anderen Video. So, ja. Leute, fettes Dankeschön. Ich will jetzt auch nicht weiter um den heißen Brei herumreden. Ich gehe jetzt auf die Toilette, weil ich muss wirklich mega... Super, Palette. So beendet man so ein Video. Leute, Dankeschön. Euch allen noch einen schönen Tag. Sehr süßes Video. Palle von mir wirklich nochmal einen riesen Kuss und ein herzliches... Herzlichen Glückwunsch für den 5 Millionen Abonnenten. Sei dir auf jeden Fall vom Herzen gegönnt. Du hast es auf jeden Fall verdient. Und du bist wirklich in der Gaming-Szene. Im deutschen Bereich. Der, der am meisten dadurch hasst bei den Videos. Das ist wirklich insane. Du bist eine Inspiration für so viele Menschen. Und mach einfach weiter so. Wirklich. Alle, mach weiter. Zieh das durch. Du bist wirklich der Beste. Puss geht raus. Danke, dass ich mit dir mal aufnehmen darf. Und jetzt kommt auf Paluken... Nee, auf PewDiePie-Style. Ne Bro-Fist. An alle. Bro-Fist.